thema crowdshop liebe damen und herren es wird nochmals ein bisschen intensiv wir müssen nämlich über die preisentwicklung sprechen was passiert aktuell mitte dieser unglaublichen decks welche opportunitäten steht gerade welche tipps und tricks gebe ich weiter und dann was solltet ihr unbedingt beachten das alles kommt in diesem video haut also auch ein like button wir legen asap los wie wissen hat sich ja der preis dementsprechend stark entwickelt und das natürlich erst mal mit einem schub richtung 22 cent fiel dann noch mal runter auf ein lower low von knapp 0,7 cent hat sich dann noch mal gefangen bei 16 cent und dann ging eine abwärts reise nach unten weiter vor das ganze natürlich jetzt auch ein bisschen komplexer denn da gibt es auch einige gründe dazu der crowd token alleine ist natürlich in einer gewissen phase aktuell ein bisschen wie soll ich sagen inflationär weil viele aus den westings ausgestiegen sind ich sage mal influencer wurden in tokens bezahlt influencer haben teilweise in ihre tokens wieder abgestossen ich zu meinem teil habe noch nicht einen einzigen token verkauft ich glaube immer noch sehr intensiv daran obwohl ich hier oben eine große chance gehabt habe bleibe ich weiterhin dran bleibt dem projekt weiterhin auch treu und finde jetzt sehr sehr interessant die frage jetzt von vielen leuten die kommt und auch immer wieder auf mich zukommen und sagt jay haben wir denn überhaupt den boden gesehen oder wie sieht es denn aus ist unser invest in gefahr also jetzt will ich mal sagen ein invest ist prima gar nicht mal in gefahr solange man weiss was was funktioniert das wird diese tags verwendet ja dieses volumen noch tief ja gibt es internationales marketing oder wird auch immer ein bisschen marketing drum herum geboten das ist so eine durchzogene sache nein es ist nicht megamäßiges marketing da es ist tatsächlich hier und da gibt es gewisse launchpad pools wo neue projekte leute sehen dass man arbeitet damit es gibt aber viele viele sachen im hintergrund wo eben crowdswap arbeitet unter anderem auch für tmg wird eine swap möglichkeit kommen auf dem dashboard von tmg was von crowdswap ist dann sind bereits schon exchanges daran interessiert mit crowdswap zusammenzuarbeiten auch das wird natürlich volumen bringen aber nicht nur das volumen also respektive die nachfrage von der dex ist entscheidend sondern auch die preisentwicklung von polygon respektive von matic wir sehen jetzt aktuell wie nach dem ripple entschluss wie sich das ganze jetzt wo ripple jetzt gewonnen hat gegen die sec haben wir natürlich jetzt auch hier einen sprung nach oben bekommen von dem crowdtoken wir waren hier lower low war so gut wie bei 0,32 war das low 0,032 jetzt aktuell sind wir wieder hoch auf 0,038 wie gesagt wir waren schon über 22 cent aktuell also bei knapp 4 cent warum was kann jetzt also noch auf uns zukommen ich habe euch auch gesagt bei bitcoin 2009 sehen wir eine hohe wahrscheinlichkeit dass wir im august hier in diesem time frame hier diese diese vertikalen linien die ihr seht da erwarten wir nochmal einen relativen schubs nach unten also wenn wir also eine korrektur also nochmal sehen werden dann werden wir dies dementsprechend auch bei crowd nochmal spüren das bedeutet wir werden da auch nochmal mit nach unten gehen zusätzlich darf man nicht vergessen gibt es Leute die sind noch in Westing die letzte Westing Payroll sozusagen findet ebenfalls im august statt das sind doch schon die ein oder andere mengen an token die da nochmal rausgeschwärmt werden jetzt heisst es aber nicht dass die Leute die verkaufen das kommt natürlich auch dazu also ich verkaufe meine nicht ich halte meine ich nutze die Chance und welche Chancen reden wir denn überhaupt also wenn man schaut wohin der Preis sich in den nächsten äh Zyklen des neuen Bullen Runs äh entwickeln können dann reden wir aktuell etwas zwischen 16 und 19 Cent hoch also wieder Richtung 20 Cent hoch ich habe euch auch gesagt wenn wenn die Decks richtig genutzt wird wenn die Leute sehen welche Vorteile diese Decks hat dann wird die Decks natürlich weiter wachsen der Preis wird nach oben gehen denkt an Uniswap die grösste Decks da ist der Token schnell mal bei 40 zwischen 40 und 60 Dollar Wert hier Potenzial natürlich jetzt nicht so hoch aber es reicht wenn der Token schon über einen Dollar geht und da auch ein gewisses Volumen da ist Matic wird auch noch massiv nach oben steigen die sind stark mit Web3 unterwegs aus diesem Grund wird sich da äh äh sehr vieles ähm nicht verändern so wenn man jetzt hier äh ein bisschen auch äh nachgeht äh was was passiert denn aktuell äh im Launchpad also welche Möglichkeiten stehen jetzt neu da also A habt ihr jetzt die Möglichkeiten hier Krypto zu kaufen mit auch mit Kreditkarte aktuell warum weiss ich gerade nicht ich vermute ich muss hier noch eine KYC abliefern dann kann ich auch mit Kreditkarte bezahlen ansonsten wäre aktuell möglich mit Banktransfer das heisst ich könnte jetzt mit 100 Euro hier Matic kaufen dann gibst du die Handynummer dann kriegst du einen Code und dann kriegst du die Bankdaten inklusive Referenzquote was du alles hast und dann kannst du es einzahlen ähm wenn man in der Schweiz tätig ist geht es von 0 bis 100 Tage äh 0 bis 1 Tag Entschuldigung und ähm ab EU ist es dann so 2 bis 3 Tage über SEPA geht es ein bisschen länger naja ist wie es ist spielt aber keine Rolle die Option ist da also endlich kann man da drauf auch Krypto kaufen was natürlich noch nicht geht ist Bitcoin ja haben sich auch einige gewünscht ob das mal kommt das weiss ich noch nicht das wäre natürlich eine interessante Frage mal an Christian wenn ich wollte können wir da auch mal sagen okay komm wir machen doch mal eine neue AMA ich stelle mal wieder mal Fragen in einer Telegram ähm Special Version ja dann machen wir das im Telegram mit unserer Community die die rein wollen kommen rein und fragen halt ne das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ja ansonsten äh gab es natürlich jetzt aktuell spannende APIs Möglichkeiten äh die man gerade hat also wenn man hier noch schaut äh Crowd zu Abitrum hat man 1924 ähm ähm API auf dem Jahr gerechnet also das alleine gibt schon eine massive Power Up äh wo man eben aktuell staken kann denn das ist das was man jetzt tun sollte wenn der Token keinen Wert aufweist dann haut ihn doch ins Staking vermehrt eure Tokens und dann wenn der Preis wieder auf einem gewissen Level hoch ist dann könnt ihr sehr gut leben von diesen Tokens das ist doch die intelligente Art und Weise ein schönes DCI betreiben haut ihn in ein Staking Pool und gut ist ja das ist nun mal so wir sind in einem Bärenmarkt dass der Preis nicht immer stabil sein kann muss einem real sein das ist nun mal so aber was ich niemals tun würde ist ein Token mit Verlust verkaufen warum solltet ihr das tun die Projekte die wir sprechen sind nachhaltig und die Unternehmen haben ein Fundament das ist jetzt nicht einfach mal schnell schnell hier irgendwas die tun was ja das war auf jeden Fall nochmal wichtig dass ich mit euch darüber spreche also ihr seht hier auch das neue GUI auch das die neuen ich muss mal schauen ob ich hier wieder rauskomme Disconnect wenn ihr das mal anschauen wollt wie das aussieht das neue Wallet Connect sieht ebenfalls cool aus also ihr habt hier mehrere Möglichkeiten Wallets anzubinden insbesondere eben auch den Ledger oder eben Metamask also da finde ich macht das Team schon immer mehr wird auch spannend wie weit das das natürlich jetzt funktionieren wird wie weit das sie gehen werden das bleibt natürlich weiterhin sehr interessant eben auch die Crosschain Möglichkeiten die natürlich dastehen da kann man jederzeit etwas weitermachen bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend ich zu meinem Teil nutze die Plattform weiterhin ich kann sie nutzen ich brauche sie auch um günstige Swaps zu machen wie es bei euch ist liegt natürlich bei euch aber im Endeffekt kann man glaube ich weiterhin sagen diese Plattform wächst sie wächst weiterhin und das im Bärmarkt und der Preis ist sehr stabil geblieben wir können das auch gerne nochmal anschauen hier wenn ihr zum Beispiel den Cake reinhaut Pancake Token hier haben wir machen wir einen neuen Bereich so dann sehen wir wie auch hier die Dule genauso war wie bei Crowd also wir haben genau die gleichen Bewegungen die gehabt auch hier gab es mal einen relativ hohen Pick hatten wir hier auch der Rest der kam natürlich beim Stark vom Token ging das natürlich relativ hoch also ihr seht wir haben hier immer noch Luft das hier ist eigentlich eine schöne Phase um zu akkumulieren haut das in einen Staking Pool in einen Liquidity Pool spielt keine Rolle aber wenn ihr das eben nutzt nutzt ihr eben auch die Chance oder die Token zu vermehren und denkt immer an einen langfristigen Invest ich persönlich bin immer auch 5 Jahre ausgelegt klar wenn es sich die Chance gibt jetzt sagen wir der geht auf 10 Dollar hoch werde ich natürlich auch einen Teil für mich auscashen aber nichts desotrotz ich denke immer so an einen 5 Jahre Plan wenn der gut aufgeht dann ist alles gut ansonsten beurteile ich die Lage neu und schätze es neu ein so jetzt kommt natürlich auch hier meine Frage an euch wie seht ihr das mit dem Bullen haben wir die Möglichkeit hier nochmals Richtung 16,19 Cent zu kommen und übergeordnet sogar Richtung 34,37 schreibt es gerne mal unten in die Kommentare hinein ich bin immer noch davon überzeugt wenn das Volumen kommt da bleibe ich auch bei dieser Meinung ansonsten bin ich hier und jetzt wieder raus wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video Tschüss tschüss three hat alle